Fox, hast du gesehen, was hinter dir war? Nein! Da war ein Monster hinter dir! Okay, das soll ich in Ruhe lassen, dieses Monster. Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir zusammen mit RobloxFelix Smile! Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Gehen wir mal rein! Wir, 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 wir überleben das. RobloxFelix, du willst da nicht rein. Ich hab grad so laut geschrieben, mein Mikrofon war eben gemutet. Ich hab's gehört, du musstest erst wieder normal gepiegelt werden. Ja! Achso, ja, da war gar nichts, ich hab's mir nur eingebildet. Okay, wir brauchen Keys, Keys, Keys. Okay, wir brauchen Keys, ist ja easy. Cherry, Partner, Cheeky, get a key. Ach komm, wir gehen einfach hier lang. Oh, hier ist andere Musik. Wir gehen einfach mal, wir gehen einfach mal hier den Weg lang. Wir, wir, wir laufen einfach mal. Ja, das wird schon passen, was wir hier tun. Ich glaube, schneller, Fuchs, wir werden verfolgen. Sprint, 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 sprint! Ich will mich hier nicht umdrehen. Ich könnte, ah! Wir müssen woanders lang. Ah nee, wir müssen da jetzt durch, wir müssen da jetzt durch. Wir müssen da, ich will da nicht durch. Ich will da nicht durch, ich will nicht. Bruder, ab! Oh! Ähm, oh. Ah! Oh, easy. Darf ich ihn die Zähne anfassen? Ja! Ich fasse ihn die Zähne an. Das war nicht, weil du es nicht. Ich hab nicht vorhin verstanden. Fuchs hinter dir, Fuchs hinter dir! Wart, 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 wart! Fuchs, hast du gesehen, was hinter dir war? Nein! Da war ein Monster hinter dir! Okay, das soll ich in Ruhe lassen, dieses Monster. Bruder, wir müssen weglaufen! Ähm. Ähm. Okay, das Monster kommt nicht hinterher. Erstmal chillen. Okay. Ich möchte einmal fest, äh, ich möchte einmal sagen... Fuchs. Ja. Alle Farben, die auf deinem Bildschirm nicht rot oder gelb sind, sind jetzt schwarz. Dein Skin sieht gruseliger aus als vorher. Ja. Hallo, hallo, clean after yourself. Wir gehen einfach mal weg von ihm, okay? Wer ist Tim? Tim? Bitte lass mich in Ruhe. Hier, schreibt er so, ich bin dein größter Fan. Ich bin dein größter Fan, Robles Conny. Oh mein Gott. Hi, Tim. Ich liebe deine Videos. Könnt ihr mir eine Frage beantworten? Nee. Hey, wer bist du? Er, er dann so... In Wirklichkeit ist er eigentlich, äh, der Bot und so der Gegenspieler. Und der sagt, okay. Und dann greift er so mit riesen Monsterhänden nach uns und tötet uns. Und wir sind tot. Geh weg, ich hab Angst. Ich mag eure Videos. Ich auch. Weißt du, dass wir Videos machen? Das ist ein komischer Videocame-Character. Das ist ein komischer Bot. Oh mein Gott. Seine, seine roten Augen sind halt wirklich. Die passen wohl rein. Er könnte wirklich ein Bot sein hier. Ja. Ähm. Okay. Was? Was für Hölle? Was war das? Okay. Ich hab ein Problem mit Pets im X. Ich hab grad ganz andere Probleme, Bruder. Du stellst dich in den Kreis. Ich nicht. Du machst das. Ich mach das dann. Ich starte das Ritual. Du. Du bist tot? Ähm, nein. Ich muss dann... Wir haben nur das Ritual gestartet. Achso. Okay. Dann machen wir mal. So. Oh. Welche Taste war das? Und mal die war das. Und dann... Oh. Oh, heiliger, äh... Lucifer. Wie auch immer. Schm... Schlechlein. Ah. Ist das Spiel einfach durch an der Stelle? Wollen wir zurückgehen und sterben? Oder wollen wir mal hier an den Rand gehen? Das können wir auch machen. Wir haben nie geguckt, was hier links ist. Hier ist ne Wand. Okay. Hier ist ne Wand. Perfekt. Mein Gott, Tim, er schreck mich nicht so. Tim steht da immer. Ah, ist ein NPC. Ui. Mr. NPC, was... Was läuft? Oh, das ist... Ja. Oh. 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 Er hat Help geschrieben. Ich dachte, er hat Help geschrieben. Goodbye. Hau help. Okay. Dann hau help. Wenn's sein muss. Under the stairs. Stairs? 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 Ah. Feed the door a knife. Please. Goodbye. Okay. Wir haben aber kein Messer. Wir müssen jetzt ein Messer suchen, Anton. Ich seh nichts. Ah, hallo. Oh. Anton. Wie sind wir denn hier hingekommen? Wie sind wir denn hier hingekommen? Ah, guck mal. Hier ist ein Bild von mir. Ah, das bist du, Anton. Hallo. Das bin ich. Hallo. Wie kommt das denn hier ins Spiel? Ich weiß nicht. Und warum stehst du im Wasser? Ich steh öfters im Wasser. Das mach ich so. Ist ein Hobby. Ach so. Okay. Lass mal hier hinsetzen. Tim. Kannst du mir da helfen? Ich habe mir beim Travelling Merchant was gekauft. Dann wurde ich gekickt. Tja, jetzt bist du gebannt. Ja, wie kann das sein, dass er so casually jetzt hier hingeht und sagt, ich wollte gerade was beim Travelling Merchant kaufen und einfach vergessen, dass wir gerade umgebracht werden. Also keine Ahnung. Im Nebenzimmer wurde gerade jemand umgebracht. Lass mal nachschauen. Na gut, aber ich dachte, wir holen erstmal einen Knife aus der Küche oder so. Nee, ich will jetzt eigentlich, ich will eigentlich doch nicht. Wollen wir in den Raum? Give me the knife steht hier überall. Return to hub. Wir können zum Hub gehen, Anton, wenn wir wollen. Wir holen uns jetzt das Knife. Ähm, nein, doch nicht. Okay, doch nicht. Gucken wir einfach mal hier rein. Ähm, ja komm, wir gucken hier rein. Okay, wir kommen da. Okay, wir gucken. Hier ist ein Messer. Ich habe zwei Messer. Ich steche dich ab, Tim. Oh, doch nicht. Ich habe jetzt sieben Messer. Okay, ich nehme mir noch eins. Also, wir müssen jetzt der Tür ein Knife fieden, oder was? Ja, ich dachte, wir sollten es den Stairs geben, aber vielleicht meinte er ja die Tür. Also, ey, Tür. Oder wo steht das mit dem Knife? Ah, give me the knife. Ah, ich bin drin. Okay. Hallo, Sir. Sie möchten einen Knife, habe ich gehört. Hier, ich droppe. Ich gebe dir. Ich hebe es immer direkt auf, wenn ich es droppe. Das ist doof. Man kann Sachen droppen? Ja, mit Backspace. Das geht? Das ist in Roblox so ein Ding, ne? Tools kann man droppen. Also, ich spiele keinen Roblox eigentlich. Hey, Steve. Was geht? Was läuft, Mr. Pyramidenmann? Der eine hat mir den Hexadezimalcode für grau geschrieben. What's that? 6666 HTML. Oh, 6666. Ja. Wir müssen es einfach grabben und gehen, Anton. Nervt ihn nicht weiter. Grab einfach den Schlüssel und geh. Ich wusste, dass es ein Hexcode ist. Aber es ist der für Grey. Und zwar, wenn ich jetzt den Schlüssel grabbe, ist er mit meinem Inventar. Und wie bekomme ich den von meinem Inventar in einem anderen? Du droppst ein paar Knives und währenddessen klickst du den Schlüssel an. Hast du es geschafft? Nein. Droppen und klicken. Irgendwie. Spam. Vielleicht klappt das. Ich habe jetzt eine Menge Red Keys in meinem Inventory. Ah, ich habe eine Idee. Ähm, ne. Die Idee hat nicht funktioniert. Wenn du Escape drückst und dann geht das auch nicht. Ja, dann machen wir das einfach mit meinem Key. Ich habe doch genug Keys. Komm. Warte. Ah, das geht nicht. Ich habe genug Keys. Doritos. Oh mein Gott. Wir müssen das Teddy erzählen. Wir müssen das Teddy erzählen. Doritos. Was ist mit dem Hub los? Ich will nicht zum Hub eigentlich. Ich will zum Hub. Warum? Dann sind wir wieder draußen. Oder? Ach nein, wir müssen zum Hub. Wir brauchen noch Keys. Stimmt, aber ich kann meine Keys nicht benutzen. Ich habe ein Red Key. Das passt. So, kannst du jetzt? Oh. Ja, ich habe dich durchgeholt. Easy. Oh mein Gott. Danke. Oh. Das war viel zu laut. Hier ist ein Wasser voll. Fuchs, bist du runtergesprungen? Ich bin runtergesprungen. Komm mal. Ich würde gerne hier hoch. Du würdest gerne da hoch? Dann komm mit hier rechts lang. Ah, da geht es da hoch? Bestimmt. Dann gehen wir einfach hier hoch. So, hopp. Einfach hoch springen. Ja, das macht Sinn. Hier ist ein NPC. Lass mal da hin. Oh, das ist ein Stein. Bruder, es ist so laut. Das ist er. Das ist ein Stein. Off the beaten path. Ich schreibe jetzt was auf Japanisch. So far below. Goodbye. Wir gehen mal hier. Die Hängebrücke. Die wird ja sicher nicht einstützen. Nein, sie stützt wirklich nicht an. Hier fährt jemand mit seinem Moped lang. Warum stirbt er schon mal jemand? Na, Vario kommt mit seinem Moped gleich angefahren. Oh, Vario kommt mit seinem Moped. Wir müssen, glaube ich, dem Licht hinterher. Nicht sterben. Und was ist, wenn ich dem Licht nicht hinterher will? Du willst dem Licht hinterher, weil anders stirbst du. Du glaubst doch immer, man stirbt. Warum sollten die uns töten? Haben die irgendeinen Grund? Weiß nicht. Was hier auf dem Boden war da eben los? Nee, habe ich mir nur eingebildet. Ich sehe nichts. Oh, das habe ich gesehen. Ah! 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 Ist du runtergefallen? Ja. Ich bin zu früh gesprungen. Das hört sich ein bisschen nach Tod an, was da passiert ist bei dir. Ja, nicht. Oh nein, ich muss von vorne spielen. Von ganz von vorne? Ich muss von ganz vorne wieder spielen. Weißt du was? Wir haben genug Smile gespielt, glaube ich. Wir haben genug Smile gespielt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Abonniert Roblox Felix. Abonniert Roblox Viktor. Abonniert Zeddy. Abonniert Abook. Abonniert alle. Das war's und ciao! Ciao!